Zum Beispiel, wir sind das beim Samsung, wenn du im Standardzustand hast du da irgendwie Bixby drauf. Ja. Du kriegst aber auch den Google-Assistenten rein, wenn du willst oder nicht? Mit ein bisschen hässlichem Hacke schon. Also so nicht einfach Playstore, mach mal Google-Assistent. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Du musst dem Bixby schon irgendwie den Hals umdrehen einmal. Mit Routen oder? Geht ohne Routen, aber es ist hässlich. Okay. Okay, das heißt, vielleicht kommt Google von der Seite her, dass sie sagen, okay, wir wollen diese Google Home Minis irgendwie in die Häuser reinstellen. Und wenn die Leute dort gut mit dem Sprachassistenten zurechtkommen, dann könnten wir ihnen vielleicht auch das Telefon schmackhaft machen, weil da der Google-Assistent auch auf einer Taste draufliegt oder halt auf die Sprache anspringt. Weiß ich nicht. Ja, also es ist halt auch, mit den Assistenten hatten sie ja hier sowas, die Entsprechung zu dem Echo, wie auch immer er diese Woche heißt, mit Bildschirm. Ja, Show. Der Echo Show und dein Kleiner heißt? Spot. Spot. Also Assistent mit einem Bildschirm dran. Haben sie hier auch. Also sie haben einen Home Hub. Home Hub. Nicht verwechseln mit dem HomePod Home Hub. Das ist was völlig anderes. Ja, aber also tatsächlich ein Gerät, das mir gut gefällt, mit 149 zu einem Preispunkt, der auch recht attraktiv ist für die Großgröße des Displays und da sind auch halbwegs anständige Lautsprecher offensichtlich drin. Und du kannst halt, du hast eine Möglichkeit, dein Smart Home zu bedienen, der nicht so schlecht ist. Es ist ein Display, das groß genug ist, um beispielsweise in der Küche Netflix zu gucken oder sowas. Gefällt mir insgesamt als Gerät gut. Es ist keine Kamera drin, was ich für eine gute Idee halte, weil die Kamera im Spot, die hätten sie sich einfach schenken können. Die ist einfach Quatsch. Also ich verstehe, warum Google das auch macht. Das sagen sie auch so, ey, da ist keine Kamera drin, weil wir wollen, dass du das Ding, auch wenn du möchtest, im Schlafzimmer benutzt. Klar, hört dir das Ding trotzdem weiterhin zu. Und da kannst du jetzt Google trauen oder nicht. Das ist egal. Also wenn du der Meinung, wenn du kein Problem hast, dass dir jemand beim Klatschen zuhört im Schlafzimmer, ey, fein. Kannst du dir da reinstellen. Aber es guckt dir niemand beim Klatschen zu. Ist gut. Applaus, Applaus. Genau. Von daher finde ich insgesamt ein attraktives Gerät. Und das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen, ich habe einen Google Home Mini zu Hause stehen. Und mit dem kann ich halt mein komplettes Smart Home Zeug daheim steuern. Bis auf die HomeKit-Only-Sachen, die gehen natürlich nicht. Aber der Nachteil ist, ich muss halt immer mit dem Gerät quatschen. Ich kann nicht einfach mal hingehen und sagen, mach mal das aus oder mach mal das an. Oder manchmal vergesse ich halt wieder, wie habe ich jetzt den einen Raum genannt? Oder wie habe ich dieses eine Ding genannt? Wenn ich jetzt irgendwie die Heizung hochdrehen will im, weiß ich nicht was, dann sage ich wieder das Falsche und sage das Ding, ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier machen soll. Und wenn ich jetzt da einfach und dann drehen kann, das ist so ein bisschen die App von Gernot auf dem Google-Teil. Okay, wo wir hier gerade reinschauen, zeig mir mal, wie ich Teig knete. Wer guckt sich deine Anleitung auf YouTube an? Ich habe wirklich dumme Leute kennengelernt. Ich glaube, es gibt auch Leute, die müssen wissen, wie man Teig knetet. Wie knetet man den Teig falsch? Keine Ahnung, einfach irgendwie so bam, 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 bam. Mit so flachen Händen. Also wieder beim Klatschen dann. Also, ja, es ist, ähm, es gibt halt, es gab einen schönen Shot einfach, musst du einfach sagen. Ja, mach doch, mach doch was, sowas wie, wie schneide ich Zwiebeln, ohne dass ich mir die Finger abschneide. Da hat er wahrscheinlich dieses komische, ähm, wie heißt's, Yummy oder wie diese Plattform heißt, hat er wahrscheinlich einfach kein Rezept dafür. Wobei, das war ein YouTube-Video. Ja, ey, who knows. Naja, also, das, das, ähm. Der Typ macht übrigens Ex-Benedict zum Abendessen, also so, er macht hier Perfect Dinner und dann Ex-Benedict, so, really? What the hell? Also, das ist wirklich traurig, mein Lieber. Also, da, mit der Weste hätte ich mir schon wirklich mehr Hipster erwartet. Entschuldigung, das musst du noch raus. Naja, also, ich, ich verstehe auch irgendwie, es gibt jetzt viele verschiedene Versionen von diesen Geräten, die einen Bildschirm haben, wo ein Assistent drin ist. Facebook war sich nicht zu blöde, diese Woche ihr das Portal anzukündigen, ähm, wo du halt so, äh, 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 nicht FaceTime, sondern, äh, nicht greibst, sondern. Messenger. Messenger. Calls auf diesen zwei Geräten machen kannst, das hat, äh, Amazon hat so ein ähnliches Ding, eben auf dem, die Namen, ich komm heut nicht, ich komm heut nicht klar. Wie ist das Ding? Show. Show. Echo. Ach so, der Echo. Nee, doch. Was jetzt? Du machst mich komplett verrückt. Diese Namen machen mich verrückt. Also, der Bildschirm mit der Kamera drin, wo du telefonieren kannst, das gibt's vom Amazon, das gibt's auch vom Facebook. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die von Facebook heißen, aber ja. Da möchte man sich beide irgendwie nicht reinstellen, aber, ähm, die, die, die denken halt, die, die zeigen das so als, als Anwendungsfall, du willst irgendwie mit Oma reden und Oma hat das halt irgendwie dastehen und dann gibt's ja die, die Funktion so Drop-In, dass du schon so ein, so ein, so ein, geblurrtes Bild sehen kannst, wie Oma gerade klatscht und dann. Uai, 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 uai. Und dann musst du dir aber noch zustimmen, ob du wirklich, äh, die Kamera ganz anmachen kannst. Ich weiß nicht, ob das wirklich so geschippt ist, wie sie es in der Demo damals gezeigt haben, aber da war die Demo, dass du also ein geblurrtes Bild schon während des Klingelns sehen kannst. Mhm. Und dann schaltet sich das Ding, fragen kannst. Hast du einen Ort in der Wohnung, wo du das hinstellen würdest, wo du dich auch zum Telefonieren hinstellst? Das ist bei der, bei der Portal, ähm, definitiv ein Problem, weil, ich mein, dafür haben wir halt Smartphones, ja, die kannst du flexibel aufstellen oder, oder, iPads, die kannst du halt mitnehmen, da kannst du die Kamera umdrehen, du kannst auch noch was zeigen. Wenn da Kinder auf dem Boden rumspringen oder Babys krabbeln, ähm, dann hilft dir das Ding auf dem Tisch halt relativ wenig. Und ich mein, das ist halt ein, 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 äh, das ist der Konsequenz geschuldet, dass Facebook halt kein Smartphone hat. Und deswegen, äh, muss, muss dort irgendwo die Kamera dann noch rein, aber das ist halt, ähm, dass sie das halt in dieser Woche bringen, nach diesem Sommer und so weiter, ist halt komplett Banane. Ja, aber wenn's eh schon alles wurscht ist. Ja, vielleicht, ernsthaft, das ist wirklich eine Option. Also, wenn du wirklich nach, nach so einem, nach, nach so einem Skandal durchzogenen Jahr, äh, so ein Produkt bringst, dann ist echt eins, wenn du, wenn du nicht denkst, irgendwie, ähm, da hat keiner mitgedacht, dann, dann musst du dir einfach denken, so, denen ist wirklich alles egal. Also, das ist wirklich so aus PR-Perspektive, ich, ich, man kann doch keinem ernsthaft zumuten, dass man das, äh, dass man das kauft, äh, aktuellen Status Quo. Aber, hey, wie gesagt, kann ja sein, dass das alles völlig wurscht ist und dann, und, und inklusive Facebook, dass es denen auch wurscht ist, ob es denen gekauft wird.